Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa und wir finden die Tipps rund um Training, Ernährung und mentale Stärke. Heute bin ich hier am Frankfurter Flughafen, denn für mich geht es ab nach Amerika, genauer gesagt nach Miami und ich freue mich schon mega auf die Zeit seit drei Jahren. Das ist so ein kleiner Traum von mir nach Miami zu fliegen. Und ja, ich bin jetzt hier am Terminal 2, werde gleich mein Gepäck aufgeben und dann warte ich noch auf die anderen, auf den Simon und auf den Timo, mit denen fliege ich zusammen und dann geht es los. Musik So, Gepäck ist abgegeben durch die Sicherheitskontrolle. Sind wir auch durch Simon, ist mittlerweile auch mit am Start und der Timo hier. Servus. Es gibt Frühstück, Hähnchen Teriyaki Rap noch kurz vor Abflug. 5 Euro. Richtige Horrorpreise hier am Flughafen, aber ist ja typisch. Naja, jetzt geht es erstmal zum Boarding. Hat schon begonnen und dann geht es gleich los. So, Boarding ist complete. Jetzt sind wir schon im Flugzeug. Da hinten, die zwei hinter mir. Seid ihr ready? Ready. Ready to go. Up kids. So, angekommen in New York. So, wir sind jetzt hier gut in New York gelandet. Das erste Mal auf amerikanischem Boden. Wie fühlt es sich an? Gut. Voll gut. Wir müssen jetzt erstmal noch durch die Immigration durch. Unser ganzes Gepäck durch den Zoll. Und dann geht es weiter zum Weiterflug in knapp zwei Stunden Richtung Miami. Und dann kommen wir Ortszeit 19 Uhr an. Far out. Let's go. Eyes in the sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire. But it's no use cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through. If you believe it's true. Baby, won't you let the light shine through? So wir sind jetzt in Miami gelandet. Hier sind einfach schon so richtig typisch Amerika diese gelben Taxis und ich habe jetzt echt ein bisschen Kopfweh von der langen Reise und auch ein bisschen wenig gedrucken, aber wenn es mega froh einfach hier zu sein, müssen wir noch gucken wo unser Mietwagen ist. Es ist mega warm, 26 Grad, ich schwitze hier schon bald in meiner Jacke, in New York da waren es noch irgendwie 3 Grad oder so, also richtige Temperaturschwankungen heute. Jetzt werden wir erstmal den Mietwagen abholen, dann geht es ab zur ersten Unterricht. So Mietwagen haben wir nun auch, wir haben einen Ford bekommen und ja richtig schönes SUV Auto, damit können wir auf jeden Fall schön cruisen. So, auf dem Weg zur Unterkunft machen wir jetzt kurz an einem Supermarkt halt. Ich gehe zum ersten Mal in meinem Leben in den amerikanischen Supermarkt rein, du auch oder? Ja und wir halten den Moment auf Kamera fest. Wow, wir sind drin! Okay, so hier sind wir. Schauen wir mal was wir so finden. Erstmal hier abchecken, was für Dressings es gibt. Direkt fat free entdeckt. Wasser in der Ausfahrt. Wo ist das denn? Wir haben hier gerade so geiles Wasser entdeckt mit Ananas, Kokos, Geschmack, da gab es noch viele andere Sorten, was einfach nur 10 Kalorien pro Flasche hat. Also richtig gute Nährwerte und mal gucken wie es schmeckt. Oh my goodness. Gibt es hier irgendwie Sorte, die ich nicht kenne? Ja, voll viele, die ich nicht kenne. Wir sind jetzt mittlerweile am Tiefkühlregal angekommen. Ich habe gerade sowas entdeckt, das ist einfach Pancake, Blaubeer Pancake, der mit einer Wurst gefüllt ist. Einfach... Hä? What the fuck? Also, denkt ihr das schmeckt? Sollen wir das probieren? Keine Ahnung. Geil. Simon ist einfach nur beeindruckt. Richtig einfach. Ich würde hier safe fat werden. Hier gibt es so geiles Zeug, die Süßigkeiten, das Zeug... Oh, ich will essen! Ja. Okay, wie krass. Briar's, Reese's, Snickers, M&M. Und hier gibt es voll die Boddyche, Alter. Hier gibt es einfach Briar's, Reese's, Briar's, Cookies and Cream, Snickers, M&M. Mega heftige Sorten. Geil. Und hier so riesige Eiseimer einfach. Da haben wir gerade so geile Quarks oder Joghurts oder Creek Joghurts oder was auch immer entdeckt. Zwei Gramm Fett, zwölf Gramm Protein und drei Gramm Zucker pro Dings. Also, richtig gut. Das probieren wir jetzt mal. Was für krasse Oreo-Sorten gibt es hier bitte. Chocolate Marshmallow. Hier. Chocolate Peanut Butter Pie. Carrot Cake. Mega, was es hier alles gibt. So, Leute, wir sind hier in der Bude. Lisa, was geht? Erstmal den Kühlschrank einräumen. Bleibst schon fleißig hier den Kühlschrank ein, Serge, machst du das? Wir sind alleine da. Eigentlich sind es hier vier Zimmer, aber alles für uns alleine da. Geil, Mann. Hier, auch für morgen früh die Oats am Start. Hier, für mich, für meinen Porridge. Ja, das berühmte Porridge von Lisa. Mach mal Licht an, Bro. Geht nicht? Gibt's kein Licht. Welchen Room sind wir jetzt? Wir sind, äh, hier. Mach mal Roomtour hier. Roomtour? Wir sind hier nur eine Nacht, oder? Eine Nacht sind wir ja. Ja, heftig, Mann.